Ja, und ich bin wieder mal mitten drunter hier beim abbauen. Ja, damit das alles wirklich schön wird hier. 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 Ja, damit das alles. Ja, damit das alles wirklich schön wird hier. Erde. Ja, damit das alles. Ja, damit das alles. Ja. 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 Das war's für heute. So, aber es wird, es wird, es wird. So, aber es wird. So, aber es wird, es wird. Okay, warte jetzt. So, 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 mit dem hier fertig sind. So, so, ic, so, so, you have to rare, so, 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 Das war's für heute. So. Die eine Reihe noch. Das machen wir noch schnell, dann das Beet anlegen. Machen wir dann in der nächsten Folge. Die aber auch erst beim nächsten Mal erscheinen wird. Ich werde mich jetzt vorhin begeben. Okay. 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 Hm. Puh. Also ich bin wirklich froh wenn das erledigt ist. Aber brav durchzogen das Projekt. Und sobald die so es geht sich mit der Schatzspielzeuge nicht aus, aber wenn wir die Folge doch beenden dann, sobald die Spielzeuge bumm macht. Oh, verdrückt wieder, gut, dann haben wir es bald, sehen uns, bis dann noch reinges Gute, ciao.